Ich habe ein Gefühl, dass da... Oh, was war... Achso, ich brenne. Ich wollte gerade sagen, wo kommen die Flammen mehr? Ich habe so das Gefühl, dass hier oben noch etwas sein kann. Ja, hier ist eine unsichtbare Mauer. Das ist schon mal gut. Da oben steht auf jeden Fall noch einer. Was? Nein! Ein knallharter. Ich bin hinter der unsichtbaren Mauer. Oh nein. Da bist du. Da bist du, ich sehe dich. Hallo. Wie geht's dir? Bist du gar nicht hier reingekommen? Oder wieder rausgegangen? Kannst du mich hauen für ein Duell? Warte, warte, warte. Jetzt bist du auch hier drin. Nein, ich bin einfach außerhalb des Spiels. Und ich komme hier nicht weg. So, liebe Freunde. Mal wieder ein weiteres LP. Nicht mehr LPT. Der Seor hängt da hinten. Jetzt in der Wand. Wir gucken uns noch mal ein bisschen hier um. Oh, da geht ein Tor auf. Jetzt bin ich alleine und Zero hängt da hinten drin. Und da kommen jetzt die ganzen Leute. Oh Mann. Ich helfe dir, ich helfe dir. Kein Problem. Ich habe es gleich geschafft. Boah, jetzt muss ich Geld bezahlen, dafür, dass ich in einen Bug getreten bin. Ich bin tot. So, jetzt versuche ich mich nochmal zu retten. Oh, 20 Prozent, das reicht nicht aus, ne? Fuck. Aber 4 Prozent, die kriegen wir noch weg. Und zwar mit Löffeln. Okay, ich habe jetzt nur einen Löffel. Aber egal. Event... Ich bin Tafel. Nein! Ich bin noch kurz vor den Tränen. Ich bin den Tränen nahe. Ich brauche aber gleich noch mehr Intelligenz, um das Ganze noch mehr aufzubessern, ne? Egal. Ja. Einmal können wir noch. Wir hätten das Ganze noch mehr optimieren. Das ist doch nicht dein fucking Ernst! Ich habe keinen Bock mehr. Warum tut man mir das an? Ich habe keiner Fliege was angetan. Gut, ich bin im Gefängnis. Irgendwas muss ich getan haben. Ich kann es durchaus nachvollziehen. Aber das ist... Das ist doch nicht normal. So. Neue Gegenstände bei Schmied freigeschaltet. Yeah. Du willst betteln? Hast du meinen Assassin's Creed 1 Let's Play nicht gesehen? Hä? Hast du meinen Let's Play Assassin's Creed 1 Let's Play nicht gesehen? Hä? Ich hasse das. Und darum... Bezieh dich. Hey! Jetzt wehrst du dich auch noch, oder was? Oh Gott, er wehrt sich. Okay, er wehrt sich. Das war kein Zivilist. Der wollte mich töten. Ihr habt es alle gesehen. Ich glaube, ich werde glücklich. Kriege ein Boot. So, Seemotte. 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 Oh! Da ist sie. Die einzig mögliche Art und Weise. Okay. Freunde, guckt es euch an. B2. Ich komme. Ich denke mal, Schweißgerät brauche ich auch, um zu reparieren, diese Einheit. Darf ich anfangen zu weinen? Habt ihr was dagegen, wenn ich anfange zu weinen?